we have fast kein zinn mehr fast kein sinn ich kann ja noch hier schon ab hier noch was alle machen ist aber ich glaube nicht genau habe ich auch schon komplett geflündert wir brauchen zu ich habe eine mine entdeckt eine mine entdeckt ich glaube dann werde ich bald wieder die ganz gehen müssen ich habe ja ich weiß aber ich kann ich ja trotzdem unterstützen ja das ist recht nicht immer ich brauche wirklich die kiste ich nehmt eine von unten mit und ich kann gleich mal so eine neben der winch ist wozu ich werde ich nie brauchen klingelingeling so den rest könnte ich eigentlich unten anschmeißen so dann werde ich wahrscheinlich wieder bin entgehen müssen so wie du ja du kannst mal drüben nach dem corey gucken kann ich auch gleich machen behalte ich mal hoch das möchte ich auch mal alles nach dem quarry in welcher welt war der quarry noch mal der ersten wo man sich in die erste welt reingestellt weil in der zweiten der tag nacht verlaufen ist nicht so optimale ist nicht soweit okay dann mache ich halt doch hier nein ich will hier aber nicht weil die gibt es ein elo meint aus dem bisher tag er ist auch voll logo hier gibt es auch kein elo meint ach so dass er stimmt hier gab es diese coole aus der ich am anfang nicht rausgefunden habe so kann ich jetzt trotzdem hingehen du brauchst ja immer eine menge zertus nein wo ging es denn jetzt einmal ganz runter hier ist das da hier ist du mich auch kommt dann nachkommt jetzt kann ich langsam nicht mehr dran vorbei jetzt muss ich es mitnehmen gold noch mehr gold noch mehr gold ich weiß weiß was in kiste in kiste kohle bischen aber nur ein bisschen weiter gehts ich brauche um den etheld am jeden Tag Leon und Eternel ich wollte ich eigentlich gar nicht lang wurde egal das bin ich schon mal hier fliegen lassen aber egal genau wir können ja noch mal ein bisschen werbung machen für unser dann schon die fänders let's play was wir angefangen haben können wir das keine antwort mehr das letzte aber hier ist aber hier ist redstone da drüben sind diamanten das mich abschießt scheiß ich habe die falsche waffe mitgenommen sind zwei skelette aber voll stiefel stiefelkreis mäßig gerade eine von links der andere von rechts und dann immer schön abwechselnd der eine der anderen an der eine der andere ich hab mich eigentlich nicht wehren das erfolge mein wird hat gerade gesagt naja das ding nicht alles weiß das was sie haben und noch da haben das die so hoch das verbinden auch die normalen ich habe redstone wien gefunden ich wusste nicht was es war ich habe den block zerstört allerdings muss ich dazu sagen es war nicht hier in der welt sondern meine eigene welt ja aber interessant zu wissen ich wusste nicht dass es redstone ich habe zwölf diamanten jetzt zu glück hat mein knochenbrecher fortune genau äh ich wollte gerade mit der fackel des eisen entschlagen genau genius was so im grunde kann ich die solaranlage abbauen was doch ich komme ganz schnell zurück ich weiß wie ich bin noch nicht fertig ich brauche erstmal ein paar diamanten und emeralds solche diamanten schon mal retten und zu euch schicken ja ich bin voll gespickt mit pfeilen schon wieder das kommt mir leicht bekannt vor pfeil im nacken und 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 ich habe schon mal diamanten nach wenn ich gerade dabei bin hier kriegt ihr den rest auch noch shard of minion da uran die zicke ist wieder da ach ne nicht die zicke die die uran die diva uran die diva will immer extra abgebaut werden ja ohne scheiß ist echt so huch wie hoch geht denn das wo fängt das hier an wo fängt es an wo hört es auf die geschichte meines lebens wo werden wir jetzt philosophisch eigentlich nicht nur ein bisschen albern das sowieso ich bin immer albern dr albern ach komm aua so das muss jetzt noch sein naja das muss jetzt schlechter wortwitz für äh keine ahnung für darum weil es so und so genau lass mich so habe ich es jetzt bald den wasserfall ach oh das ging jetzt plötzlich ich habe schon weggeschaut ach genau ja wisst ihr wusstet ihr eigentlich dass die wrench nur bei den normalen solar panels im lossless mode komplett leer wird und nicht bei den advanced ok die advanced solar panel können anscheinend nicht kaputt gehen die advanced es gibt advanced solar panels ja also die die das da halt ach so die lv und was weiß ich die arrays genau die können nicht kaputt gehen doch naja wenn man sie abbaut meine ich ich wünschte ich hätte auch looting auf meine spitzhacke fällt mir gerade so ein scheiße zu spät geschnallt bau hier ordentlich lapis ab ich hätte schon viel mehr haben können du meinst fortune nicht looting ja es ist das gleiche in dem senne nur für eine andere werkzeugart ich habe ja beides drauf fortune und looting auf einem hammer achso wo ist es hammer wo ist es hammer hallo wie du du wolltest nicht singen wer ich oder lox das lox darf ich singen nein das habe ich nicht gesagt das stimmt ich wollte ich habe auch nur gefragt das ist schon fast zu antworten wie ich sie geben würde das habe ich nicht gesagt tja wir haben schon eine menge zeit mit der namen wir kennen uns so gut das gefällt mir nicht nein ist schon okay so ein bisschen blitzdingsten blitzdingsten diamante spitzhacke ich brauche ich brauche Lack verdammt was Lack achso ich gebe jetzt erst mal das Zeugs die kiste schon wieder voll Leute ich bin grad nicht daheim ich oh tin or bear bear ja äh kiste fast voll und ich brauche Lack ich habe Diamanten gefunden da 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 was erst mal den dreck hier weg der dreck muss weg verschönert egal so co kohle 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 die armen Katzen sind hier gefangen kohle die können uns nicht mehr abbauen kohle die despawn aber nein kohle die despawn nach der Zeit kohle die sind die ganze Zeit da ich brauche aber bitte was keine kohle ups ich brauche keine kohle ich brauche äh nein ich will denen meine Spitzhacke geben und dann macht dann wer bitte Lapisblöcke blöcke ja das geht doch mit einzelnen Lapis verzauberst bitte ja mit einzelnen wie lange willst du denn da bitte schon ja das dauert halt ist Lapisblöcke oder was ach ne ich bin in deiner Welt so stimmt der Twilight Forest nob na dann ja spring oh Diamant mach ich dir Klack auf dein innen drauf bitte ja und so viel wie möglich Lapis ist in der Kiste du hast nur noch meine Hacke glaubsch muahaha Diamanten Hacke Diamanten Hacke Diamanten ja ist ja gut ja die sind direkt vor meiner Nase ich komme hier nicht weiter ähm wenn ich da jetzt mit dem Hammer zerraue war es das 9x9 warte ich schicke euch mal 18 Diamanten rüber 1 gleich mal 1 sagen du hast das ausgemacht die Bewegung ähm ja du machst jetzt Blöcke aus Lapis hast du schon so mach es jetzt so ich hab wir haben nur 32 kannst du trotzdem egal du haust das Lapis da rein Lapis da rein oh da ja und meine Spitzer geht da auch oh Gott Lava mein Erzfeind oh Lapis kannst du klicken ich glaube das reicht nicht kann das du schaffst das wir glauben an dich und dann kriege ich es wieder bitte so demnächst demnächst genau demnächst im Kino in ihrem Kino und indessen tja da 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 karten hast du ein Thema Thema ja jetzt kann ich mitmachen weil jetzt habe ich gerade gar nichts zu tun ach jetzt kannst du mitmachen jetzt ist sich dafür gut genug ja jetzt bin ich gerade im Moment echt nicht beschäftigt jetzt wollt ihr ein Thema jetzt könnt ihr euch euer eigenes Karten hast du Lapis ja 20 Stück es muss mindestens äh Fortune One da stehen damit es eine Wirkung hat da gibt noch anderes Zeug so einfach damit ich meine Detail ein bisschen leerer hab so es geht schneller mit Blöckenglocken oh ja was machst du denn mit den Türen die ganze Zeit keine Ahnung die Türen liefen mich heute nicht du leistest doch komisch du hast die Bewegung ausgeschaltet du bist wie auf Schienen du 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 nein andersrum ja halt halt haben wir das so ach ja Moment wo waren die Diva immer noch nicht vergessen da ist ja klar war kein Platz bei der Kiste scheiße so wenn zwei Leute farm die ich muss das echt ans System anschließen so deine Hacke zwei Leute farm freut sich nicht der vierte was bitte könnt ihr mal die Erde und das Zeug wegschmeißen ja ich hab doch gar nichts in das System geschmissen nein ich mein nur was war dann wohl ich tja viel aus der Möglichkeit gibt es ja nicht oh ich hätte doppelt so viele Dias haben können statt nur 10 nur 10 tja ich weiß doch am Anfang wie ich mich über zwei Diamanten gefreut habe aber echt hey die 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 sind wirklich größer geworden die Adam Adam ja also ich also hier im Twilight Forest sind zu riesig die Adam das 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 gehe ich auch hier farmen toll toll ich freue mich nicht so über Diamanten wie bei Redstone das 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 Bis zum nächsten Mal.